einen wunderschönen guten morgen aus berlin es ist was haben wir sonntag und wir haben es 12 10 ich bin mal wieder viel zu spät ins bett schon am samstag bin ich erst um halb drei ins bett gestern auch wieder so gegen 33 10 oder sowas naja und heute um 9 uhr war schon wieder toboa woho sagt man das trara lärm wie auch immer im haus und dann war ich schon wach und irgendwann um elf bin ich dann aufgestanden so und jetzt werde ich gleich ein bisschen was streamen und spielen mal gucken was ich überlege ob ich destiny an mache und das ein bisschen streame oder ob ich timber week park weiterspiele oder vielleicht doch multiplayer was mit benny aber ich glaube ich mache jetzt erst mal zwei drei stunden für mich und dann mit benny mal gucken der muss ja auch erstmal aufstehen und was essen und ins bad oder umgedreht ich weiß es nicht und dann kicken wir einfach mal was heute so geht ja also ansonsten ball war gestern ganz gut man hat gemerkt hier und da gibt es immer noch ein bisschen technische schwierigkeiten aber das gehört einfach mal dazu gerade wenn das programm die software das spiel auch immer noch nicht so hundertprozentig stabil läuft aber es hat wie gesagt echt spaß gemacht ging ein bisschen länger ich glaube bis kurz vor elf und dann bin ich noch mal rüber ins andere büro habe da noch ein paar sachen gemacht und war um kurz zwölf war ich dann raus ja und morgen geht es dann wieder los und ich hoffe auf freitag einen freien tag zu bekommen der erste dezember das wäre ich cool wenn das klappen würde mal gucken was mir die chefs da so schreiben ob das funktioniert so also ich glaube ich wird destiny 2 wenn ihr mögt sehen wir uns in etwa 20 minuten um 12.30 auf twitch oder youtube ganz wie ihr mögt und dann schauen wir mal was das spiel noch so bereithält ist ein shooter also genau mein genre schnallt euch also an haltet euch fest denn ihr werdet echt krasses gameplay sehen also dann einen schönen sonntag euch noch bis bald tschüss